So, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Blick in ZEV. Wir stellen Ihnen heute, nein, nein, nicht wir, mein Kollege Andreas Dolz, mit dem ich das normalerweise mache, das Format. Der hat sich einen Tag Urlaub genommen und es sei ihm absolut gegönnt, also werde ich das alleine machen. Ich werde Ihnen also ganz kurz die wichtigsten Themen, die Titelstory im neuen Aktionär vorstellen. Sie sehen, das Ganze hat heute ein wenig Schlachthausatmosphäre, aber nichtsdestotrotz einen positiven, freundlichen Grundton. Wie das sein kann, dazu kommen wir gleich, hat der Satz auf jeden Fall bei uns ganz hervorragend umgesetzt, wie ich finde. Ein wirklich schönes Cover geworden, auch wenn es ein wenig gruselig aussieht. Wir haben natürlich weitere Themen, also Hauptthema, neue Chance, zwölf Aktien im Track, wer hat jetzt Rebound-Potenzial, aber wir haben natürlich weitere Themen mit dabei. Wir haben ein Hotstock, ja, Gold und Silber glänzt und wenn Silber glänzt, dann steigen auch die entsprechenden Minenaktien. Und welche Sie da jetzt im Depot haben sollten, das lesen Sie ebenfalls im Heft, wie unseren Top-Tipp besser als sein Ruf. Und da ich nicht weiß, was unser Top-Tipp ist, belassen wir es letztendlich dabei. So, Tesla, da ist die Frage natürlich, einsteigen nach dem Kursrückgang ist momentan sicherlich ein schwieriges Feld, weil Elon Musk wieder damit begonnen hat, nicht ausufern zu twittern. Aber das, was er twittert, hat natürlich enorme Auswirkungen und das bringt uns zum nächsten Thema, reine Nervensache, der Bitcoin mit seiner irren Achterbahnfahrt runter auf 30.000, hoch auf 40.000. Da wurden alle ordentlich durchgeschüttelt, was davon zu halten ist, ebenfalls das sehen Sie im neuen Aktionär. Das Impfstoff-Update, das ja mittlerweile tatsächlich fester Bestandteil geworden ist, wo wir nochmal sagen, Mensch, das ist momentan Stand der Dinge in der Impfstoff-Forschung. Und vor allen Dingen, viel wichtiger, welche Unternehmen sind wie aufgestellt und können wie profitieren, denn es gibt ja unglaublich viele Unternehmen, auch im Pharma-Bereich und da kann man leicht den Überblick verlieren, aber nicht mit uns. Und dann, zu guter Letzt, haben wir Ihnen noch ein paar Regeln aufgeschrieben für Ihren Aktienerfolg, damit Sie da nicht, ja, irgendwann in diesem Dschungel stranden. Ist eigentlich ganz einfach, das ist kein Hexenwerk und jetzt schauen wir uns mal an, was die Titel-Story bringt. Denn prinzipiell Grundgedanke war, es gab viele Aktien, die während der Corona-Krise stark gestiegen sind. Das hatte vor allen Dingen, die waren vor allen Dingen Story getrieben. Also letztendlich, man hat als Anleger gesagt, das sind die Unternehmen, die davon profitieren werden, aus dem einen oder anderen Grund. Und diese Aktien sind auch stark gestiegen, zumindest bis, ja, bis zum Jahreswechsel, noch ein bisschen darüber hinaus und dann sind sie ordentlich abverkauft worden. Aber nicht alle. So, und jetzt haben wir uns angeschaut, welche Unternehmen, die wirklich da auch etwas stärker getroffen waren, haben denn letztendlich Nachholpotenzial, beziehungsweise das Potenzial, jetzt auch in einem Reopening-Szenario aufgrund ihres Geschäftsmodells wieder aus dem Loch rauszukommen, den Rebound einzuleiten und eine Trendwende hinzulegen. Weshalb ist das für Anleger interessant? Weil, wenn sich die Anleger, letztendlich, wenn sich der Markt des Potenzials dieser Aktien wieder erinnert, erinnert in Anführungsstrichen, weil eigentlich war es ja klar, dann kann auch hier eine Bewegung durchaus etwas stärker stattfinden. Das sehen wir momentan sehr schön bei den Aktien, die von Reddit getrieben werden, eine GameStop, eine AMC. Das ist Anfang des Jahres schnell stark nach oben gegangen, dann wurde die ganze Sache so ein bisschen runtergekocht, also hat sich abgekühlt. Aber jetzt ist es wieder soweit und die Kurse machen wieder richtige Kapriolen. Und das ist natürlich auch die Grundidee dahinter, dass man sagt, die Unternehmen, diese Unternehmen haben auch noch ein gutes Geschäftsmodell und letztendlich, wenn die Anleger wieder merken, okay, da geht was, dann werden sie wieder reinlaufen und dann wäre es auch ganz gut, wenn man hier tatsächlich nochmal vorher sich ein paar Positionen, ein paar Aktien ins Depot gelegt hat, ganz einfach, um dann die Rendite auch mitzunehmen. Also, das ist gar nicht so schwer, den Aktionär zu finden, nicht zu verwechseln mit Beef. Finde ich übrigens ein tolles Magazin, ja, aber sieht nur aus wie Grillen am Wochenende, ist aber ein Bulle, der es gerade noch um die Ecke geschafft hat, ja, und tot zu kriegen ist auch ohnehin nicht, wie wir in den vergangenen Monaten gesehen haben. Sie wissen also, wonach wir suchen oder wonach Sie suchen. Uns hat es wirklich viel Spaß gemacht, die Ausgabe zu schreiben, ist, glaube ich, auch kein großes Wunder. Wir waren relativ frei in der Gestaltung und das macht immer dann Spaß. Wir hoffen natürlich, Sie haben Spaß am Lesen. Ansonsten ein schönes Wochenende, bis demnächst. Tschüss.